also jetzt sind wir wieder hier im kraftraum jetzt wird wieder schön trainiert gerade eben kleine basketball session und fußball ja das das lassen wir lieber jetzt wird trainiert das machen wir schöne arme heute jungs haben vielleicht ein bisschen bock ich habe bock beißen kennst du den noch sommerpause ja sommerpause ist eigentlich noch aber heute ist aus das ausnahme heute trainiert ja andere arbeitskollege am start johannes erste übung schön kurzhantel bizeps curls mit zwischen reihen bis die trizeps strecken im liegen auf der bank mit der stange das geht's los der mann auch wieder schön da freuen wir uns jetzt wird wieder mal gebissen andere kollege ist auch noch da heute der richtige mannschaft hier im kraftraum ausstürzchen bis zum verrecken gemacht haben wir ja die letten runter dann geht natürlich auch was der arbeitssatz bis zum versagen und dann halt wieder runter gehen also wie zu einer pyramide halt aber aufbau und halt das waren was das liegt bis zum versagen oben dann bis zum versagen schwer und dann gehst du mit dem wicht runter und machst augen bis zum versagen und mehr verholung also mit einerseits so viel beginnt das ist die kamera auf einen kollegen gerichtet der drückt das mal wieder seine 80 kilo auf geht's jetzt da komm jetzt drück hoch drück hoch drück hoch ja also sehr schön beißen kollege ist hier auch am beißen auf geht's da gehen nur einige komm 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 schauen wie leicht die da noch hoch gehen geht's schnapp eine sehe ich da noch eine sehe ich da noch ja also sehr schön die hauen schon rein gell das ist schon brutal jetzt spielt selbst durch der vollrad wie sau jetzt kommt rizeps im liegen über kopf mit der sz-stange sondern den trizeps fertig danach wieder einmal kurs und 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 jetzt geht's so geht's so geht's komm 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 jetzt gehen wir wieder runter und machen ein paar mehr wiederholungen mit weniger gewicht und brennen wieder rein ich will das dear the one that's on his heart oh 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 Ich hab ihn hart, show ihm what I got. Oh, 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 oh. Ich hab ihn hart, show ihm what I got. Can't read my, can't read my, no, we can't read him my, oh, good place. Das passt doch. Ey, der auf der Schiff. Die Fans. Nice. I want to roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. I love it. Russian Roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Oh, 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 oh. I'll get him hart, show him what I got. Oh, 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 oh. I'll get him hart, show him what I got. Can't read my, can't read my, no, we can't read him my, oh, good place. She's different with nobody. Can't read my, can't read my heart, no, we can't read him my, oh, good place. She's different with nobody. Bop, pop, pop poker pie, pop 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 car Please Bop, pop pop poker pie, pop 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 car fifth I won't tell you that I love you, kiss or hug you Cause I'm bluffing with my muffin, I'm not lying I'm just stunnin' with my love glue gunnin' Just like a chicken in a casino Take your bank before I pay you out Also das gemütliche Armtraining ist jetzt beendet. Ganz entspannte knappe zwei Stunden Arme trainiert. Jetzt reicht es wieder. Kollege, was sagst du? Steuern sind drauf. Und wie war das Training? Gut. Der Kollege hat wieder die starken 80 Kilo gedrückt. Ja. Was sagst du dazu? Ja, ist nichts Schlechtes. War harte Arbeit. Harte Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Der Manu auch mal wieder im Raum gewesen. Aber jetzt geht es weiter mit Sommerpause. Schlechtes. Schönes Wochenende. Abonnieren. Ciao. Als Abschluss vom Training wird das mal gegrillt. Bisschen Proteine. Bisschen gutes Essen. Essen. Undu. Denn ja. T tekstet. Untertitelung. Και Pmusik Fares. Füchschi Untertitelung des ZDF, 2020